Ist es dann in Zukunft die App, die ich am Handy habe, die mich immer in der Früh weckt, dass ich pünktlich zur Vorlesung komme und mir danach dann noch kleine Quizze schickt und mir dann sagt, okay, das und das solltest du noch lernen für morgen für die Prüfung. Da haben wir keine Denkverbote auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, wenn man zu granular ins Thema geht und eigentlich auch die großen Leitplanken, sagen wir mal, verpasst oder auch vergisst, da irgendwie festzulegen. Und da sind wir eben gerade dran zu sagen, was sind unsere Leitplanken, in welchem Fokusbereich bewegen wir uns und wie können wir dann einen sinnvollen, sage ich mal, Mittelweg finden zwischen wirklich die große Masse in Deutschland anzusprechen, den Diskurs in der großen Öffentlichkeit zu führen und auf der anderen Seite aber auch nicht nur Leuchtturmprojekte zu besprechen, sondern auch den Hochschulleitungen eben dann Hilfestellen zu geben, wie können denn auch die Fläche, sage ich mal, abgeholt werden. Weil im Endeffekt, die wirkliche Lehre wird gemacht von einzelnen Dozierenden vor Ort in der Hochschule. Und die brauchen irgendeine Arbeitserleichterung oder ein Anreizsystem, dass sie eben Zeit finden, sich dann der Digitalisierung der Lehre weiter zu widmen. Und das ist das spannende Thema aus meiner Sicht. Es ist ein interessanter Punkt, nachdem man sehr schnell, sage ich mal, an diese neuen Formate, die aus den USA rübergeschreibt sind, die Massive Open Online Kurses, die MOOCs, denkt. Und natürlich ist so ein Kurs sehr aufwendig zu produzieren. Wenn ich jetzt aber auf YouTube schaue, um auch mal Beispiele zu nennen, was die Jugend anschaut, Schüler, Kinder und so weiter, das sind dann mit der Handycam aufgenommene Aufnahmen und die haben dann hohe Klickzahlen. Jetzt müssen wir aber für uns definieren, was ist denn ein Erfolg? Wollen wir hohe Klickzahlen oder wollen wir wirklich unseren Studierenden, die an deutschen Hochschulen immatriculiert sind, mehr Service bieten, besseres Lernverständnis oder auch den Stoff eben besser vermitteln zu können? Und das ist eben die spannende Sache, wo wir jetzt auch als ersten Schritt eben gesagt haben, wir sammeln mal neue Themen, neue Technologien, auch neue Anwendungsszenarien. Und da muss man dann bewerten, mit der Zielgruppe zusammen, auch mit ausgewählten Studierenden, Hochschulleitungen und so weiter, wie kann ich das dann wieder runterbrechen, was ist der Mehrwert oder nicht? Warum sollte denn ein E-Learning-Kurs, der sehr stark betreut wird, also jetzt nicht ein Web-based Training, was komplett autark läuft, aber wirklich ein MOOC zum Beispiel, auch ein C-MOOC zum Beispiel, ein konnektivistischer Ansatz, wo praktisch Dozentin, Dozent viel Aufwand hat und dann eben die Studierenden untereinander, der dann laufend betreut werden muss. Warum sollte es nicht wie eine Vorlesung im Lehrdeputat berücksichtigt werden, wie eine Übung, die vor Ort gehalten wird? Und ich kann mir da auch viele Hybrid-Modelle vorstellen. Also Verquickung, Online, Offline, Präsenzveranstaltungen mit eben dann Online-Veranstaltungen, gibt es viele Schlagwörter, früher war es Blended Learning, jetzt flippt Glas rum und so weiter. Also da ist immer schön, wie die Karawane vom Begriff zu Begriff weiterzieht, aber ich glaube, die Quintessenz ist ja ganz einfach, wir haben tolle Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland, also einfach die Universitätslandschaft ist toll, haben da auch viele Forschungs- und Lehreinrichtungen und wir wären wirklich dumm, wenn wir sie nicht nutzen würden. Jetzt geht es aber darum, wie kann ich es halt effizienter vielleicht nutzen. Also ich sage, ich habe gewisse Inhalte, die ich als Student mir irgendwann anhören kann oder als Studentin, also in der Nacht oder in China oder wo auch immer, und wenn ich dann aber die Vertiefung machen möchte, komme ich eben hier zur jeweiligen Hochschule und kann eben dort vor Ort mit den Forschern und Forschern das Diskutieren beim Wissen vertiefen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und einige Hochschulen sind da auch schon sehr weit und ich glaube, da haben wir viel Potenzial in Deutschland. Geschäftsmodelle ist ein wichtiges Thema, aber es geht jetzt nicht nur um eine Monetarisierung der Bildung. Im Endeffekt haben wir ja einen staatlichen Auftrag als staatliche Hochschulen, aber der Bildungsbereich in Deutschland ist ja auch viel größer und auch der Hochschulbereich. Also wir haben ja auch private Hochschulen, wir haben, ich sage mal, viel geschichtetes Bildungssystem. Und da müssen wir praktisch ansetzen und schauen, was gibt es denn dann auch für Services vielleicht, die eben ein Add-on sind, also praktisch zusätzlich dazu erbracht sind, die dann vielleicht auch was kosten können oder auch nicht oder wie auch immer es dann durch Steuerzahler finanziert sein kann oder nicht oder ist es Basisbetrieb. Und ich glaube, da ist wirklich die Schwierigkeit jetzt gerade am Anfang, dass wir sagen, wir nehmen uns nicht die ganze Welt und alle Themen und was auch immer auf einmal vor, sondern wir gehen strukturiert einen Schritt nach dem anderen, haben eine Vision, wo wir hinwollen oder was wir beleuchten wollen, aber natürlich dann eben einen Schritt nach dem anderen.